Hi und herzlich willkommen zum DropFilm Talk, unser heutiger Review von Extraction. Extraction ist der neue, Chris Hamthers, Joe Russo produzierte, geschriebene und Sam Harreif regiegeführte Film, der auf Netflix gelandet ist und ein sehr harter Actionknaller ist. Man hätte gedacht nach dem ersten Trailer, das kann nur gut werden, aber ich muss sagen, leider ist es das nicht ganz geworden. Die Action kam einem sehr bekannt vor, also vor allen Dingen die Choreografien und wie die Action gezeigt wurde, da erinnere ich nur gerne mal an John Wickes, also ich habe mich mehrfach an John Wick erinnert gefühlt, aber auch The Raid bzw. die The Raid Reihe, da diese Action, die dort gezeigt wurde, die habe ich auch zu oft gesehen schon bzw. auch gut gesehen und in diesem Falle, wenn ich da jetzt mal Extraction betrachte, ist das nicht ganz gut gelungen. Wenn wir da zum Beispiel mal die Story erstmal in den Blick nehmen, die wirklich sehr, sehr papierdünn ist, da kann einfach leider nicht mehr kommen. Und es geht halt um Chris Hamthers, der eine Art Söldner ist und sich durchschlägt, weil er sein Kind verloren hat, was man später dann erfährt, warum und weshalb und so weiter und so fort. Und der ist natürlich drauf und dran und versucht sich, sag ich mal, quasi selbst das Leben zu nehmen, weil er nicht mehr weiß, wie er damit umgehen soll und stürzt sich dann natürlich in jedes waghalsige Abenteuer, was ihm zur Verfügung steht. Und er muss natürlich dann auf einer dieser neuen Missionen ein Kind von einem Drogenbaron, einem indischen Drogenbaron, der im Kampf mit einem anderen indischen Drogenbaron ist, wiederholen und da rausholen und zu seiner Familie zurückbringen. Und das passiert auch und das ist wirklich auch sehr cool gemacht und da die Action, die da vorkommt, ist wirklich gut, aber leider zieht es einen nicht so wirklich in den Bann, wie man denken würde. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel mal John Wick betrachten, da haben wir natürlich jemanden, wo die Story gut aufgebaut wird, wo wir einen Punkt haben, dass wir die Action oder die Brutalität, die er an den Tag liegt, in Kauf nehmen, ohne Probleme. Aber bei Chris Hamthers Charakter passiert das einfach leider nicht. Also er zieht einen nicht so wirklich in den Bann und es kommt nicht dazu, dass ich für ihn fühle und dass ich das verzeihe, was er tut sozusagen. Die einzige wirklich großartige Szene ist bei einem Gastauftritt, sag ich mal, der nicht bekannt war. Also ich wusste es vorher nicht, dass der Schauspieler drin ist, deswegen belasse ich es auch mal hierbei. Und der hat wirklich, der hat in den kurzen Szenen, in denen er zu sehen war, ich glaube, sag ich mal, insgesamt waren es vielleicht maximal zehn Minuten Screentime, in dieser ganzen Zeit war er sehr präsent und hat auch wirklich eine gute Story bekommen. Da habe ich wirklich das erste Mal etwas, sag ich mal, gefühlt ist übertrieben vielleicht, aber das hat mich, sag ich mal, da hineingezogen, in diese Welt. Und was vor Chris Hamthers passiert und was seine Motivationen sind, dieses Kind zu retten, beziehungsweise warum er das dann wirklich macht, weil er, erst an einem Punkt ist es so, dass die Mission eigentlich abgebrochen werden sollte und er macht trotzdem weiter. Und dieser Punkt oder beziehungsweise die Logik erschließt sich einfach nicht, beziehungsweise wird nicht deutlich, dass man ein wirkliches Gefühl für Chris Hamthers Charakter entwickelt. Deswegen war, wie gesagt, die Action war ganz interessant und war ganz cool. Sie haben auch so eine Art One-Shot-Szene, die wirklich cool gemacht ist und auch wirklich Spaß auf mehr macht, wenn man Actionkino und Choreografie und sowas mag. Und das ist der einzige Grund oder beziehungsweise die Szene, die habe ich mir einfach nochmal angeguckt, weil ich die wirklich cool fand, aber der Rest ist leider, kann man schnell vergessen. Ich hatte wirklich mehr erwartet, ich hatte wirklich mehr gehofft bei der Joe Russo-Chris Hamthers Kombination und auch natürlich bei der Action, die im Trailer zu sehen ist, dass da wirklich mehr dahinter steckt. Schade, dass die Story nicht so wirklich herausgearbeitet wurde, dass man für diese Charaktere führt, dass man das entschuldigt, beziehungsweise das, was passiert, die Gewalt beziehungsweise die Action, eine gewisse Balance bekommt mit den Charakteren. Ich meine, Mission Impossible hat es auch wirklich sehr gut geschafft, was die letzten Filme wirklich großes Actionkino betrifft, also was Christopher McQuarrie gemacht hat und wie gesagt, The Raid und die John Wick-Reihe, alles wirklich sehr gute Sachen, die definitiv auch tiefere Sachen anknüpfen und das fehlt, wie gesagt, leider bei Extraction, deswegen ist meine Bewertung für diesen Film auch nur 6 von 10 Punkten. Wie gesagt, die Action war wirklich ganz interessant, aber wer wirklich gutes Actionkino sehen möchte, sieht die bereits genannten Sachen, wenn er sie noch nicht gesehen hat. Und wer sonst neu dazu ist, der kann das wahrscheinlich bestimmt noch oder beziehungsweise nicht so viele Actionfilme gesehen hat, weil er noch jünger ist oder was auch immer und diese älteren Sachen alle oder etwas älteren Sachen nicht kennt, der ist bestimmt trotzdem hier ganz gut aufgehoben, also guckt es euch an, ich bin gespannt, was eure Meinung da draußen ist. Schreibt es mir in den Kommentaren und dann lasst mir doch eine Nachricht. Macht's gut, ciao!